Wer in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon gut essen möchte, sollte in den Stadtteil Beleim fahren. Unweit des Torre de Beleim, in einer unscheinbaren Straße, liegt die Nunez Real Marischker, ein Restaurant, das landesweit als Geheimtipp für hervorragende Meeresfrüchte und Fisch gilt. Besitzer und Namensgeber des Restaurants ist Miguel Nunez. Er begutachtet wie jeden Morgen mit Küchenchef Manuel Costa die Lieferungen des Tages. Die Ware kommt aus unterschiedlichen Häfen im ganzen Land. Von 8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens wird sie in Märkten auf Optionen angeboten. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Einkäufern zusammen, die dort das besorgen, was wir benötigen. Sie kaufen für uns das Beste ein, was in Peniche, an der Algarve oder Setúbal angeboten wird. Miguel Nunez führt seine Marischker seit 17 Jahren. Bei ihm fällt die tagesaktuelle Speisekarte bereits beim Betreten des Restaurants ins Auge. Wie auf einem Markt können Gäste das aussuchen, was sie gerne auf dem Teller haben möchten. Fisch, Muschelnkrebs oder Hummer. Fangfrisch oder noch lebend. Küchenchef Manuel Costa bereitet heute Zackenbarsch im Ofen zu. Eine typisch portugiesische Spezialität. Zackenbarsch ist ein traditioneller Fisch unserer Küste. Er hat einen sehr hohen Fettanteil und deswegen wird der Zackenbarsch häufig im Ofen zubereitet. Das Rezept ist einfach. Manuel Costa verwendet für zwei Personen ein Steak vom Zackenbarsch, das er mit etwas Olivenöl in einer ofenfesten Pfanne mit Zwiebeln anbrät. Anschließend kommen Tomatensauce, Weißwein, Wasser und Sahne dazu. Zum Schluss die zuvor frittierten Kartoffelstücke sowie Paprika und Champignons beigeben. Ab damit in den Ofen und alles zehn Minuten bei 230 Grad Celsius garen. In den Nunes Real Marischkeia kommen sowohl Touristen als auch Stammgäste. Selbst der portugiesische Staatspräsident Marcelo Revelo de Sosa soll hier regelmäßig zum Mittagessen vorbeischauen. Die meisten seiner Gäste kennt Miguel Nunes persönlich. Günstig ist seine Speisekarte zwar nicht, dafür gibt es höchste Qualität. Unsere Philosophie ist es, den Fisch so zuzubereiten, dass sein natürlicher, frischer Geschmack erhalten bleibt. Und es ist egal, ob er gekocht, gegrillt oder im Ofen zubereitet wird. Natürlich experimentieren wir auch mit Rezepten. Aber Hauptsache, der natürliche Geschmack des Produktes bleibt erhalten. Nach zehn Minuten im Ofen kann der Zackenbarsch serviert werden. Ein einfaches Gericht, das dem frischen Geschmack des Fisches gerecht wird.